Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir haben heute den 14. Montag und wie immer kommen heute die Nachrichten von Samui, beziehungsweise was auf meinem Kanal los ist. Aber zuerst kommt das Wetter. Ja, gestern am späten Nachmittag hat es hier oben im Norden von Samui kräftig geregnet, muss man sagen. Also da kam schon was runter. Das war auch dringend nötig, weil hier ist schon fast Staub. Das Gras ist kaputt gegangen, aber das regeneriert sich hier immer sehr schnell. Die Natur, die kommt damit klar, wenn viele Wochen oder Monate auch, wir hatten ja ein Jahr mal gehabt, sieben Monate, kein Tropfen ist da runtergekommen, kommt da also mit klar. Ja, also gestern kam mal eine gute Regenfront rüber. Und wenn man sich jetzt den Wetterbericht ansieht für die kommende Woche, bis einschließlich Donnerstag, glaube ich, ist es, dann sieht man, dass an der Westküste von Thailand Richtung Indien, da der ganzen Regen sich staut. Das ist also der Wetterbericht. Ich sehe das ja nicht von hier aus. Also diejenigen, die in Puket wohnen und Krabi, die können da dazu was schreiben, ob das stimmt. Also danach muss es da immer gut regnen, dass die also die Regenzeit haben. Und manchmal kommt mal was übers Land drüber hinweg und dann regnet es dann auch schon mal hier auf Samui, aber nur vereinzelt. Wie gesagt, wir haben also jetzt noch nicht die richtige Regenzeit. Die fängt ja so im November, Dezember erst an und hält dann so zwei Monate an und dann regnet es dann auch so. Es geht also richtig in Stufen. Also erst mal jetzt an der Westküste von Thailand, da regnet es. Und dann fängt es oben auch Isan, Mittelthailand und dann Rayong. Müsste jetzt auch einiges an Regengrund unterkommen. Und letzte Woche haben wir ja gesehen, Koh Chang hat auch etwas mitbekommen. Das wandert jetzt langsam nach unten bis nach Koh Samui. Und wir sind also noch ein bisschen verschont und ab und zu mal einen guten Regen zu erhalten, das ist ja nicht verkehrt. Vor allen Dingen nicht für die Natur. Hier auf Samui ist momentan nichts Spezielles los, was ich also berichten kann. Ist alles ruhig. Die Ergebnisse von der Informationsveranstaltung über die Brücke sind noch nicht im Netz. Wird wohl nächste Woche oder Ende der Woche reinkommen, dass ich ja also nächste Woche mal berichten kann darüber. Aber lassen wir die mal basteln. 2029 soll sie ja fertig sein, was ich ja nicht glaube. Und auch die Kosten werden wahrscheinlich doppelte. Aber das sind alles Spekulationen. Lassen wir die mal. Wir wollen ja das Land genießen. Ja, meine Filmbeiträge Samstag zum Auswandern. Und die meisten haben das verstanden, was ich da angesprochen habe. Manche Dinge sind missverstanden worden. Zum Beispiel, dass man 800.000 auf dem Konto haben muss. Nein, das ist nur, wenn keine Rente mehr, wenn kein Geld mehr reinkommt, muss man ja die irgendwie, die Scheißfliege, irgendwie nachweisen. Und das ist der Plan B bei mir, den ich da aufgeführt habe in den vorigen Filmen, dass ich also versuche, ich habe ja jetzt meine Rente und auch das Guthaben auf dem Konto und alles zusammen. Das entspricht eben halt den 800.000 zur jetzigen Zeit. Dass ich also wirklich jetzt die 800.000 anspare auf meinem Konto hier. Und dann brauche ich keinen Rentennachweis. Und das ist der Plan B. B, nochmal, ich bin kein Pessimist und ich bin auch kein Verschwörungs, ich wurde als Verschwörungstyp auch schon beschrieben. Nein, es ist nur für den Fall B, wenn keine Rente mehr kommt. Und da solltet ihr finanzielle Mittel auf dem Konto haben, damit ihr nicht aus Thailand ausgewiesen werdet. Und darum ging es. Und ich habe auch nicht gesagt, dass alles in Ordnung ist hier in Thailand. Das bestimmt nicht. Hier ist einiges im Argen. Aber wenn man sich auf das beschränkt, wo man hier lebt, den Lebensumstand, also ringsherum, dann kann man sich schon ein Paradies aufbauen. Ich weiß, dass die Sozialhilfe hier in Thailand und die Politik alles desolat ist. Aber da bin ich ja nicht mit betroffen. Und das muss man eben halt ausblenden. Ich bin nicht nachher gekommen, um Politik zu machen. Ich bin nachher gekommen, um hier nicht in eine ruhige Kugel zu schieben. Das bestimmt nicht, vor allen Dingen nicht mit dem YouTube-Kanal. Nee, ich will mein Leben leben, wie ich es gerne haben möchte. Da hat zum Beispiel zum Auswandern, hat einer einen super Beitrag gebracht, der das auf den Punkt gebracht hat. Ich werde das jetzt mal raussuchen und zitieren. Das hat Silen Topes Server 1160 geschrieben. Hallo Florenz, wahre Worte. Mit einer Auswanderung entscheidet man sich lediglich für ein selbstbestimmtes beziehungsweise eigenverantwortliches Leben. Die Risiken, die damit eingehen, sind der Preis der Freiheit und der gewohnten Lebensqualität. Anpassungsfähigkeit, Toleranz, finanzielle Reserven und jederzeit einen Plan B zu haben. Bei mir ist es der ISAN. Sind meistens erachtens die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Auswanderung. In dem hat er also das wirklich auf den Punkt gebracht. Und nur die härtesten kommen durch. Ja, das stimmt. Also ich kenne auch welche in Deutschland, die immer, ich will mal auswandern, die bis zum Grab sind. Ja, ich wollte mal auswandern. Nein, man muss eben halt eine Hose haben, um das anzugehen. Und das ist nicht einfach. Ich kann alle gut verstehen, die da noch ein bisschen zögern. Aber wenn man das vernünftig plant und auch einen Plan B beiseite hat, dann geht das schon, dann klappt das schon. Bei mir ist es ja schon die zweite Auswanderung. Die große Auswanderung war ja damals in Australien. Da habe ich mich so in das Leben, in das Land verliebt. Hat aber auch nicht geklappt. Aus wirtschaftlichen Gründen, fertig. Bin wieder zurückgekommen, hatte genügend finanzielle Mittel, das auch zu haben. Das ist ganz wichtig. Ich habe auch welche kennengelernt in Australien. Die sind gestrandet, hatten kein Geld mehr. Die hatten noch nicht mal das Geld für den Flug. Dann ist man natürlich am Arsch. Also nochmal spart, arbeitet. Und wenn man meint, reicht, dann geht die Sache an. Ich habe mir damals aber geschworen, ich gehe nur ins Ausland, wenn automatisch Geld auf das Konto kommt, sprich eine Rente. Oder wenn man also Eigentum hat und irgendwie kommt immer jeden Monat Geld auf das Konto. Zu arbeiten in einem Land, gerade hier in Thailand, ist für viele sehr, sehr schwierig, weil die Thais hier wollen das gar nicht. Die wollen ihre eigenen Leute, dass die arbeiten. Naja, es ist ja nicht alles ideal. Das muss man eben halt abchecken. Und jeder sollte sich mal die einzelnen Länder ansehen, die interessant sind. Und dann die Entscheidung treffen. So, das war zu dem Film mit dem Auswandern. Dann haben wir ja noch die Oma. Wir fahren heute zur Oma. Wir hatten ja jetzt dieser Tage den Muttertag hier in Thailand. Also die Königin, die hatte ja Geburtstag. Da wird hier ganz groß gefeiert. Da ist ja auch ein Brückentag, wo die Leute auch frei haben. Und beim letzten Besuch haben wir die Oma gefragt, was können wir ihr denn Gutes tun? Möchten Sie vielleicht mal zum Tempel? Da hat sie doch Ja gesagt. Wir waren alle von den Socken. Also heute um 1 Uhr gehen wir Oma abholen. Da werde ich natürlich den Film drüber machen. Und dann fahren wir zum Tempel. Und dann kann die Oma da beten und meditieren. Sie hat die Zeit, die sie braucht. Die Wienland geht natürlich mit. Und auch die Pflegekraft ist, glaube ich, auch dabei. Ja, das wird bestimmt ein Highlight für die Oma heute mal sein. Nämlich Oma will sonst gar nicht weg. Wie oft haben wir gesagt, komm, wir fahren mal zum Strand. Oder wir fahren in ein Restaurant, irgendwo einen Kaffee trinken. Oma will nicht weg. Nee, die wird da auch in der Hütte sterben. Ja, das ist also heute ein ganz großer Highlight. Dann will ich euch jetzt was vorstellen. Hallo, liebe Zuschauer. Hier ist das Kochstudio von Koh Samui von Wienert. Ja, Wienert, er hat keine Zeit geputzt. Gerade oben. Ich muss das also selber machen. Also das Kochstudio ist soweit fertig. Da wird auch am Mittwoch ein Film zukommen. Da könnt ihr das sehen, was ich da so gemacht habe. Da wird kein Kochfilm kommen. Also mit den Arbeiten hier bin ich ziemlich an die Grenzen meiner Zeit gegangen. Und da hatten wir keine Zeit mehr, ein Kochvideo zu machen. Das kommt also erst nächste Woche wieder. Aber hier ist soweit alles fertig. Wir waren also dieser Tage hier und haben dann also mal auch alles ausprobiert. Wunderbar. Das wird also in den nächsten Wochen sein, dass die Wienert denn also hier ist. Wahrscheinlich auch mit der Nachbarin, wenn es am Sonntag ist, mit der Wipparat, dass die zwei hier kochen. Da werden wir viel Spaß haben. Okay. Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich will das nicht zu lang machen. Das war's. Uns geht's gut. Sehr gut, muss ich sagen. Wir sind glücklich, wir zwei. Wir passen richtig gut zusammen. Es macht Spaß, mit ihr zu arbeiten, aber auch als Mensch zusammen zu sein. Und wir sehen uns beim nächsten Film. Okay. Tschüss.